Kick-Off wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Ja, fast vier Monate ist es her, dass wir Sie zum letzten Mal haben dürfen begriessen zu einem Kick-Off. Und dann hat Corona mit voller Wucht zugeschlagen. So schnell gehen wir aber nicht K.O. zum Glück. Wir sind zurück und wir blicken voraus auf die 25. Runde der Reifisen Super League. Schon heute Abend geht es los mit dem Berner Derby zwischen Thun und IB. Denn morgen geht es drei Spiele auf dem Programm und am Donnerstag schliesslich Runde St. Gallen und Zürich. Der Spieltag ab. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich persönlich bin so etwas froh, dass in der Schweiz seit dem letzten Wochenende endlich, endlich wieder geshautet wird. Ich weiß, wie es Ihnen geht. cod fantastic! Tief Nick! Tief Nick! Tief Nick! Tief Nick! Tucker Hinscher! Wer noch Präsident? Das war's. Ja, richtig gute Matches sind auch schon wieder dabei gewesen und richtig gute Experten haben wir heute hier bei uns im Studio. Begrösst ganz herzlich den Dani Gigax. Hallo. Und den Schorsch Bregi, schön, dass ihr da seid. Schorsch, wie hast du das erste Schweizer Fussballwochenend in fast vier Monaten erlebt? Es war wunderschön. Endlich mal wieder Schweizer Fussball gesehen. Man hat sonst immer nur noch in der Bundesliga dörfen zu schauen. Und jetzt mal wieder zu schauen, wie die Mannschaft startet. Und es war doch sehr eine interessante Runde. Es war schon vieles passiert, was sich auch schon direkt auf die Tabelle ausgewirkt hat, wo wir uns gerade mal schnell miteinander anschauen konnten. Auch Dani, mit dir hinten ist etwas passiert, im Abstiegskampf. Aber auch ganz vorne hat es schon eine Zäsur gegeben. Ja, und es waren eigentlich schon wegweisende Spiele in der letzten, ersten Runde wieder nach dem Corona. Wo man, ja, normalerweise weiss man als Fussballer, Schorsch, wenn man lange Zeit nicht shootet hat und aber nur Freundschaftsspiele gespielt hat, dann ist es immer nicht so einfach, den ersten Match zu spielen. Und eben, es sind wichtige Spiele schon gespielt worden, aber ich meine, es geht ja noch eine Zeit. Aber trotzdem, es ist schon, die Prisanzen ist schon da gewesen. Und es ist eben vor allem auch richtig schön etwas passiert. Ganz vorne in der Tabelle ist der FC Basel. Neu ist schon acht Punkte hinter den beiden Spitzenrittern St. Gallen und IB. Das eben, weil der FCB verloren hat. Auswärts mit 1 zu 2 gegen den FC Luzern. Und nach dem Match ist wenig Positives rum. Bei den Basler entsprechend dann auch die Schlagzeilen gestern in der Presse. Ah, die Meisterschaft ist da zu lesen gewesen. Oder der Basler Niedergang. Oder eben auch der FC Basel verliert in Luzern und kann die Meisterschaft abschreiben. Das sind die harten Worte gewesen, die gefallen sind in der Presse. Und die Worte, die wir jetzt gerade hören, sind die, die einen Direktbeteiligten gefunden haben, nämlich Fabian Frey. Jeder, der ein bisschen draus kommt im Fussball. Und wahrscheinlich auch alle anderen haben gesehen, dass das nicht der FC Basel ist, den wir kennen von der Vergangenheit. Oder auch von letzter Zeit, weil wir international zeigen, dass wir es drauf haben. Und das ist heute absolut nicht der Fall. Das einzige Positive eigentlich, dass es so schnell weitergeht. Und ja, wir müssen punkten, wenn ich gesagt habe. Im Moment kämpfen wir um Platz 3. Das ist weder unser Anspruch noch der Anspruch vom Verein. Und das haben unsere Fans auch nicht verdient. Vieles läuft nicht, wie gewohnt beim FC Basel Schorsch. Was waren deine Gedanken zu diesem Basler-Auftritt in Luzern? Ja, wenn man jetzt gesehen hat, was der Frey gesagt hat, hat er gesehen, dass es eine grosse enttäuschende Strecke war. Die konnten das nicht umsetzen. Und es ist halt schon so, die konnten ein gutes Spiel im Köp gegen Lausanne. Und ich glaube, das haben sie vielleicht zu stark bewertet. Oder das Gefühl hatten, wir gehen auf Luzern und werden das weiter umsetzen können. Und die anderen hatten also eine giftige Mannschaft. Und Basel hat den Kampf nicht so angenommen, wie ich das kann. Und auch die Umsetzung. Man hat auch gesehen, dass für mich natürlich auch die Ausstellungen sehr speziell waren. Wenn man einen Bühwe jetzt nicht mehr ausstellen würde, weil der Gleit, das begreife ich eigentlich nicht. Weil der Spieler hat ja Vertrag. Und das wäre doch ein wichtiger Spieler gewesen, der Zug hätte können nach vorne bringen. Und Basel ist gar nie zum Spiel gekommen und hat sie wirklich, wenn man so will sagen, verdient verloren. Das ist ja nicht zum ersten Mal, wenn man die ganze Rückrunde anschaut, Anni. Das sind jetzt sechs Spiele. Wenn man noch das letzte Spiel von der Vorrunde dazu nimmt, sieben Spiele, wo der FC Basel vier Punkte geholt hat insgesamt. Das hat es seit der Liga-Reform 2003 noch gar nie gegeben. Ja, und das passt irgendwie auch nicht zu dem Bild, das man von Basel auch gehabt hat. Fabian Frey hat es super gesagt in dem Interview. Man hat das Bild vom FC Basel, das europäisch für Schlagzeilen gesorgt hat. Und ja, es ist halt das Problem, halt einfach die Voren, St. Gallen und Ibe, die haben jetzt wieder ein Duftmacher gesetzt, haben gerade wieder das erste Spiel gewonnen und es ist halt nicht so einfach. Die machen irgendwie dort weiter, wo sie aufgehört haben. Und es ist jetzt halt einfach ein erstes schlechter Eindruck. Aber ich finde trotzdem, und das wissen ihr auch, das wissen die Zuschauer zu Hause auch, acht Punkte im Fussball ist nicht viel und es geht noch eine Weile. Das heisst, du würdest den FC Basel noch nicht abschreiben? Nein, ich würde sie noch nicht abschreiben. Die Statistik widerspricht dir ein bisschen. Noch nie hat bis jetzt eine Mannschaft in der Schweiz noch ein Meister werden, die zwölf Runden vor Schluss acht oder mehr Punkte Rückstand gehabt hatten. Ja, aber du hast gesagt, zwölf Runden, also musst du sagen, Schorsch, aber zwölf Runden, da kann vieles passieren. Und vor allem, wenn es so viele Matches sind, wie es Fabian Frey auch gesagt hat, also es gibt viele Rotschaden und da kann einiges passieren. Da kann sicher einiges passieren, aber man muss schon sagen, acht Punkte, man muss sagen, es sind drei Spiele, die du gewinnen musst und der Gegner verlieren musst. Und auf zwölf Runden ist natürlich schon eine grosse Differenz. Und dann muss ich schon sagen, ich glaube, sie müssen sich wieder auf eigene Leistung konzentrieren, auf die Leistung, die sie in Europa immer abwerfen tun und sie immer positiv überraschend tun. Und ich glaube, der Spagat ist einfach noch nicht gelangt und ich glaube, die Mannschaft ist noch zu wenig festgelegt. Ich muss auch sagen, die Defensive sind schon noch nicht super. Genau diesen Punkt, auf die eigene Leistung konzentrieren, du gerade angesprochen hast, Schorsch. Dani, wenn das Umfeld so unruhig ist, wie es momentan ist beim FC Basel, die Fans, die sich gegen den Vorstand auflehnen, der Trainer, der irgendwie ständig Thema ist, der sich ständig die Frage anlosen muss, wie lange sind der Trainer beim FC Basel, Kannst du dir überhaupt noch voll zu 100% auf deine Aufgabe, auf das Shooten als Spieler konzentrieren? Also man sollte eigentlich schon. Ich meine, klar, hat die Szenarien, die rundherum passieren, das kommt dann schlussendlich, tut sich das dann immer auch ein bisschen aufs Spiel, dann auch irgendwie, tut es sich ein bisschen abfärben. Aber klar, sollte das nicht passieren. Ich glaube, die Spieler haben jetzt genug zu tun gehabt, sich mit diesen Testspielen, obwohl sie das eigentlich nicht hatten, Basel, sich darauf vorzubereiten, auf die schwere Zeit, die jetzt kommt. Weil es ist eben nicht einfach, wenn man so lange im Fussball gespielt hat. Und jetzt ist eben, wie schon gesagt, das erste Spiel auch negativ ausgefallen und jetzt noch die Probleme muss er nur. Aber eigentlich finde ich schon, dass sie auf dem Platz eigentlich die Qualität hätten, um die Vorhersölle mitzuspielen. Die Qualität könnten Sie morgen dann mal wieder unter Beweis stellen, wenn es nämlich auswärts gegen Gsamax geht. Und die Neuenburger, die haben ja am Wochenende, einen ganz wichtigen Sieg können feiern, nämlich im Abstiegskampf gegen den direkten Konkurrenten. gegen den FC Thun. Und der überragende Mann auf dem Platz, einmal mehr muss man sagen, ist der Raphael Nutzalo gewesen. Der 36-jährige Läger liefert zuerst einen traumhaften Assistent. Wir sehen ihn hier zum ersten Neuenburger Goal und bleibt dann später auch noch cool und verwandelt den Penalti zum 2-1-Sieg souverän. Schorsch, man hat irgendwie das Gefühl, der Raphael Nutzalo wird nicht älter, sondern der wird irgendwie noch noch besser die ganze Zeit. Ja, was ich einfach immer wieder höre, ist einfach in der Schweiz, dass sobald man über 30 ist, ist man einfach ein alter Spieler. Das ist sicher auch ein älterer Spieler, aber eben, wenn man sich so wieder am Nutzen lohnt, mit 36 kann man seine Leistungen bringen, wenn man topfit ist, gut vorbereitet ist, physisch, zweckig ist, muss man mental ganz anders als ein junger Spieler. Man weiss genau, was ich im Spiel beitragen muss, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und er tut nicht unnötige Laufwäge machen, die für nichts sind. Er weiss genau, wo er stehen muss und wenn er was laufen muss. Und da hat man auch wieder gesehen, ich kann meinen Pass, den er gegeben hat. Das war eine gewaltige Sache, dass er einfach aus dem Gespür, aus dem Augen gesehen kann, jetzt muss ich den Ball spielen. Und wenn der gut kommt, verkommt er den Stürmer nachher. Jetzt haben wir immer so ein bisschen Sprüche gemacht und gesagt, Gesamachs ist eigentlich Raphael Nuzaló, da ist eigentlich viel mehr nicht rum. Gesamachs hat sich aber auch verstärkt, jetzt nochmal auf die Nach-Corona-Zeit, mit Johan Csiuro und Xavier Cuassi, ganz viel Erfahrung geholt. Wie viel stärker ist Gesamachs als vorher? Was denkst du? Also ich meine, klar, mit den beiden Spielern, die es jetzt geholt haben, eben wie du gesagt hast, mit der Erfahrung, das ist natürlich Gold wert, vor allem mit der Situation, in der Gesamachs jetzt auch steckt. Wir haben es jetzt gesehen im letzten Spiel, das ist wirklich, obwohl es eben das erste Spiel nach Corona war, ist das ein mega wichtiges Spiel gewesen und da sieht man auch wieder, wie schon vorher angesprochen, den Raphael Nuzaló, der gerade wieder Parade ist und gerade wieder den Unterschied ausmacht und er mit den anderen Spielen, die sie jetzt auch noch dazugeholt haben, ja, jetzt haben sie mal drei Punkte können holen, jetzt können sie ein bisschen durchschnaufen, aber mit dieser Mannschaft, also da hat es ganz interessante Sachen. Was Gesamachs jetzt gibt, das Interessante ist jetzt, sie haben eine Wirbelsäule. Das sind der Gohli, der Walter Csiuro, Cuassi, Nuzaló. Und da können alle schön anhängen und die anderen, das sind die Läufer, die müssen machen und scheitern und dirigieren. Und die anderen drumherum werden auch rotieren, zwischendrin, und der Tags bleibt einfach und das ist das Wichtigste von einer Mannschaft. Also die Ausgangslage von Gesamachs gegen Basel ist definitiv auch schon klarer gewesen, als jetzt vor dem Duell. Was ist euer Tipp für das Spiel? Also, ja, ich meine, Basel muss auf jeden Fall eine Reaktion zeigen nach dem letzten Match und Gesamachs kommt mit stärkter Brust in das Spiel hinein, also, schwer zu sagen, aber ich tippe auf Basel, Basel wird reagieren. George, einverstanden? Ich tippe eher auf ein Unentschieden, weil Gesamachs hat mich nicht ganz überzeugt, vor allem, wenn ich nur gegen Zehnt habe müssen, haben sie Spiel aus der Hand gegeben, aber für Gesamachs wird es natürlich ein ganzes anderes Spiel sein gegen Basel, da kannst du wieder auf Anwarte spielen und müssen nicht selber ein Spiel machen. Basel bin ich aber noch nicht so sicher, aber ich tue eher auf ein 1-1. Also, wir wollen schauen, so viel an dieser Stelle zum Spiel zwischen Gesamachs und dem FC Basel. In wenigen Augenblicke schauen wir dann voraus aufs Derby von heute zwischen Thun und Ebay, wo wir dann auch ein erstes Mal schon in Stockhorn Arena schalten. Aber zuerst überlassen wir die Bühne unserem Lieblings-Hobby-Fussball-Experten. Nachdem er zwischenzeitlich mussten singen »Komm bleib daheim« anstatt »Komm bringen heim«, ist auch der Baschi wieder zurück. Es geht »Und ich singe fürs Voll« »Und heilen alle Wunden« »Hey, wie geht's euch?« »Wie geht's euch?« »Wie geht's euch?« »Wie geht's euch?« »Wie geht's euch?« »W Silva und Alberto Vги« »W Silva ab« »W Silva Kipp encourage�� »Unschaft Kil兩, Hmm funny, »Wicks Tobias Lasale und Deutschland starten und den replenen Sie spielen vor leeren Rängen, ohne Fangesänge, ohne Emotionen, ohne gar nichts. Es ist nicht alles schlecht, aber es fehlt definitiv etwas. Es riecht wieder nach Fussball. In der Schweiz wird wieder Fussball gespielt, nach dieser Corona-Zeit. Zwar in leeren Stadien, aber trotzdem. Für uns Fans und die Gesellschaft der Schweiz ist es wichtig, dass wieder etwas stattfindet, dass man wieder mitfannen und mitleiden kann. Ich habe gestern mit dem FCB Mitglied, zwei Jahre verloren in Muzern. Wahrscheinlich war das mit dem Meisterwennen für den FCB 8-Punkte-Rückstand. Und ja, müde bei, keine Kreativität im Spiel. Luzern hat verdient gewonnen, muss ich sagen, gut gemacht. IB hat stark gespielt. Die letzte IB-Viertelstunde, wir wissen es alle, dreht IB noch einmal auf. Aber Zürich auch, muss ich sagen, Chapeau. Aber trotzdem, der Aufsteller, glaube ich, oder sagen wir mal so als neutraler Fan, ist sicher St. Gallen. Wie die das machen, das ist crazy. Fake Fans. Gräuschkulissen im Stadion, wo wir am Fernsebildschirm so mitbekommen, macht das für mich nicht geil. Ganz ehrlich. Halt die Schlitte, du Schiss. Was ich aber richtig geil finde, ist natürlich, dass man von den Spielen, vom Trainer, jedes Wort versteht. Ja, was ist? Veranderwärts! Das ist eine Grenze! Das ist nicht normal, Herr Meier! Aber das finde ich wirklich geil, dass man da ein bisschen bei den Spielen, beim Trainer dabei ist. Und wenn dann mal seine Spiele zusammenscheissen oder so, dass man da das hauptnäuch miterleben kann, ist schon noch eine spezielle Atmosphäre. Ja, und bis wir wieder Fans in den Stadion haben, helfen wir uns auch hier im Studio noch etwas Fake-Atmosphäre. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber immerhin ein bisschen Fussballstimmung kommt auf. Stimmung, die eigentlich auch sollte aufkommen, heute in Thun, bei Thun gegen eBay. Derby-Timing? Ja, ich glaube, bei einem Derby muss man nie mehr heiss machen. Also wenn man da nicht heiss ist, kann man zuhause bleiben. Und von daher, ja, Vollgas und dort drei Punkte holen. Ja, wenn man dort nicht heiss ist, kann man zuhause bleiben. Ich glaube, der Stefan Klarno bringt es auf den Punkt, der Captain vom FC Thun. Danni, nach der Niederlage von Thun gegen Samax im direkten Duell gegen den Abstieg, kommt so eine Derby gerade zur richtigen Zeit? Ja, und vor allem auch, weil, wenn ich mich erinnern kann, die letzten Matches in den Berner Derbys haben Thun immer gute Matches geliefert. Und ja, jetzt hat man im ersten Match sich hantasten können und eben, wie du schon gesagt hast, jetzt kommt das Berner Derby und das ist eigentlich genau der richtige Match. Du hast solche Derbys mitanlebt? Ja, selber. Sind sie so etwas Spezielles? Ja, die Derby sind sicher immer sehr speziell, weil das ist ein richtiger Kampf. Zum Teil sind auch Spieler, die im BD-Club gespielt haben, zum Teil sind auch Spieler, die uns entlehnt sind, jetzt im anderen Klub spielen zu. Und das ist natürlich eine Atmosphäre unter den Spielern selber, es ist eine Konkurrenz, die da ist. Das ist natürlich etwas Gewaltiges. Darum, von einer Seite ist es schade, dass man keine Zuschauer hat, sondern im Stadion heute, wo das Stadion mal endlich wieder vielleicht voll würde sein. Und das ist natürlich, ja, und das wird ein kleiner Vorteil sein für EIBE, weil die Fähne nicht da sind, weil Thun lebt doch viel von dem Geist von den Zuschauern. Ja, da kommen wir gerade noch drauf. Eine von den Personen, die der Schorsch gerade angesprochen hat, die eben für beide Vereine schon gespielt haben, ist Leonardo Bertone. Der ist jetzt beim FC Thun, früher noch bei EIBE gewesen. Feld aber ausgerechnet gel-rot gesperrt, weil er eben gegen Samax vom Platz geflogen ist. Auf zwei Ebenen. Einerseits hat er natürlich noch so gern gegen EIBE gezeigt, was er mit Thun kann. Andererseits ist er schon grundsätzlich ein sehr wichtiger Spieler für den FC Thun geworden. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dass sie ihn geholt haben, das war ein wichtiger Zug für Thuner. Eben, wie es vorhin der Schorsch schon angesprochen hat. Wenn man so ein bisschen die Achse hat und so einen erfahrenen Spieler wieder zurückholen in die Schweiz, dann ist das sicher etwas, etwas das. Und ich meine, klar, auch der Hediger, der sich leider verletzt, der jetzt mittlerweile auch den Rücktritt gegeben hat. Wenn du so einen wichtigen Mann verlierst, dann bist du natürlich am Suchen und wo kannst du so einen holen. Und ich finde, mit dem Bertone ist klar kein 1 zu 1 Ersatz, aber sicher einer, der viel Erfahrung mitbringt. Und ein wichtiger Mann gewesen wäre heute Abend, aber jetzt leider nicht spielen. Jetzt feilt er, auf wer sich der FC Thun in jüngster Vergangenheit immer hätte verlassen können. Das ist der Stürmer, der Rich Munzi. Der hat nämlich in jedem von den vier letzten Spielen immer ein Goal geschossen. Sein Gegenüber bei IB sagt auch «Hard my beer». Der Jean-Pierre Unzame, der ist nämlich zweifellos der Bomber der Liga. Gegen den FC Zürich hat er mit seinen drei Goalen gerade im Alleingang dafür gesorgt, dass IB das Spiel gegen den FCZ gewonnen hat. Zum Teil auch etwas glücklich, zum Teil dann aber auch wuchtig, wie hier beim dritten Goal mit dem Kopf. Nach 24 Runden steht er damit schon bei 21 Goalen. ohne Jean-Pierre Unzame. Und das ist ein neuer Rekord. Noch nie hat nämlich ein Spieler in der Super League zu diesem Zeitpunkt schon so oft getroffen. Schorsch, IB ohne Jean-Pierre Unzame. Was wäre das in dieser Saison? Wir müssen über das gar nicht diskutieren, weil es nicht so ist. Er ist einfach da und er ist einfach auch sukzessiv an die Mannschaft herangeführt worden. Er ist von Serben gekommen, hat lange hinter Assal und Guarro warten müssen. Er ist eigentlich erst wieder in der Etappe wie in Strico und hat sich nachher den Platz zurückgekämpft. Und er zeigt das jedes Mal. Es ist schon die letzte Saison, was er gemacht hat. Und darum sage ich, wir müssen nicht diskutieren, was wäre IB ohne. IB hat noch. Und sie können sich glücklich schätzen, dass sie so einen Topscorer in ihrer Reihe haben, der jetzt so der Waro ablöset hat. Das ist ja die Lebensversicherung von der Young Boys, oder? Kann man schon so sagen. Ich meine, 21 Goal. Also ich glaube, die Kroner nimmt ein Kennspieler mehr, auch wenn der Sidi im Moment mega gut drauf ist. Die Frage ist einfach, wie lange er dort sein wird. Ich meine, mit so einer Statistik. Und eben, wenn du jetzt gerade nach dem Lockdown gerade wieder drei Buden schiessest, dann wäre es natürlich interessant für ausländische Klubs. Und ja, da wird schwer sein, dass er ihn behalten könnte. Aber jetzt, solange er da ist, geniessen wir ihn natürlich noch. Noch ist er da. Und so könnt ihr auch heute so oben in Thun wieder zuschlagen. Und genau dorthin, wenn wir jetzt ein erstes Mal schalten, zu unserer Reporterin, zu Nathalie Paros. Nathalie, du verfolgst für uns das Derby heute vor Ort. Ja, heute Abend, um halb neun ist der Abpfiff von dem Berner Derby zwischen dem FC Thun und den Berner Young Boys. Unser Dörfer, ja jetzt tausend Leute ins Stadion. Der FC Thun hat aber gesagt, dass sie eigentlich nicht wirklich Zeit haben, für das Ganze zu organisieren. Und das ist auch verständlich. Am Freitag ist der Bundesrat zum Entscheinen gekommen. Heute haben wir die Seistin. Es wäre also fast eine Nacht- und Nebelaktion geworden. Man muss natürlich Catering organisieren. Man muss ein Sicherheitskonzept haben. Man muss auch schauen, wen lässt man rein, wen nicht. Vielleicht werden da zum Teil Leute auch noch verrückt, wenn sie da nicht berücksichtigt werden. Und dahinter sind ja normalerweise Fans vom FC Thun. Es ist ja immer so in den Berner Derby, dass sie unglaublich profitieren von dieser guten Stimmung. Heute müssen sie aber definitiv ohne ihre Fans auskommen. Wir sind gespannt, ob sie einmal mehr der Favorit aus Bern, IB, können ärgern oder ob das heute eben nicht klappt. Ja, seit dem letzten Thuner Siegen bei IB ist zwar schon eine Weile her, aber schon ist immerhin bei den letzten beiden Heimspielen von Thun gegen IB in der Stockholm Arena hat es zweimal einen Unentschieden gegeben. Ja, man muss sagen, IB hat immer ein bisschen Mühe in Thun gegen die Mannschaft. Irgendwie ist die Konstellation so, dass die Mannschaft nicht unbedingt passt auf IB. Aber man muss so sagen, wenn ich gesehen habe, die Reaktion, die IB gemacht hat nach dem Rückstand gegen Zürich war es natürlich gewaltig. Gut, man muss sagen, sie hat natürlich eine super Bank, wenn ich natürlich einen Waro und einen Suleimani bringen kann und die Qualität auf den Platz bringen kann. und das bringt praktisch keine andere Mannschaft in der Schweiz her. Und da muss man schon sagen, die Qualität von IB ist extrem gut. Wenn du so viel Qualität hast, dann spielst du vielleicht eben auch nicht so eine Rolle, ob jetzt Fans mit dabei sind bei diesem Derby heute in Thun. Zumindest könnte man das glauben, wenn man dem Captain von IB zulost, dem Fabian Lustenberger. Ich glaube, es ist immer speziell so das Derby-Spiel, auch wenn kein Zuschauer hat sich auch das Gefühl, heute trotz leerem Stadion trotz kein Zuschauer ist trotzdem Stimmung drin gesehen. Also auf dem Platz ist Stimmung gesehen, von der Aussen Stimmung reinkommen, wir haben uns gegenseitig gepusht. Also von dem her sind wir, wenn wir bereit sind am Dienstag, alles reinhauen und dann versuchen, das Spiel zu gewinnen. Das wird natürlich auch der FC Thun versuchen. Einer schnell einen Tipp für das Spiel. Das Derby. Ich glaube, es gibt einen Ebenen Sieg heute Abend. Ich bin auch überzeugt. Gut, dann wollen wir schauen. Drei Match vor dieser Runde haben wir jetzt noch nicht darüber geredet von der 25. Runde. Wir schauen uns aber die wichtigsten Fakten zu diesem Spiel kurz und kompakt an. Krizenzeit in Sion, auch unter Tramezzani. Die Walliser sind nun bereits seit Ende November ohne Sieg in der Super League. Und Servet schielt auf Platz 3. St. Gallen gegen Zürich. 16 Zähler mehr weist St. Gallen auf. Und dennoch. Die Esten konnten in dieser Saison nur den FC Zürich noch nicht bezwingen. St. Gallen und Zürich machen also den Abschluss in dieser 25. Runde. Und wir haben es gerade gehört, Dani, einerseits hat St. Gallen noch nicht gewinnen gegen die FCZ. Andererseits hat die FCZ aber auch gute Werbung für sich selber gemacht gegen eBay, obwohl man das Spiel verloren hat. St. Gallen muss gewarnt sein. Ja und eben, die Statistik ist im Moment nicht allzu gut. Das kann man sich eigentlich bei St. Gallen fast nicht vorstellen, wie die das wieder mitgenommen haben in dieser Zeit. Aber eben, die FCZ hatte eine gute Anfangsphase gegen Berner Young Boys. Dort war auch nicht einfach und die probieren natürlich die Statistik zu halten. Und auch der FCZ-Trainer, Ludwig Manja, sieht dann trotz Niederlage in Bern eigentlich keinen Grund, etwas zu ändern für das Spiel in St. Gallen. Wir werden versuchen, genau gleich Fussball zu spielen, mutig zu spielen. Wir haben einfach diesen Spass, Fussball zu spielen. Und das möchte ich sehen. Ich möchte ein Team spüren, das zusammen alles gibt. Und die Ergebnisse werden, wenn wir so spielen, bin ich überzeugt, die Ergebnisse werden folgen. So, und das lassen wir genau so stehen. Als Schlusswort euch beiden. Danke ganz herzlich, Schorsch und Dani, für eure Einschätzungen. Und innen zu Hause blenden wir jetzt nochmal die fünf Matches ein, die sind das Wochenende in der Raiffeisen Super League. Sie können sie natürlich wie immer schauen, alle live bei Teleklub Sport. Das Studio hier, das räumen wir jetzt gerade, weil Chris Augsburger und Jürgen Seeberger stehen schon in den Startlöchern. Die empfangen sie dann zum Zürcher Kantonsturby in der Challenge League. Winti gegen Geze. Einen wenigen Augenblick hier auf dem Sand. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp der Schweizer Sportwette. Untertitelung des ZDF, 2020